So, schön, dass wir so viele Leute hier haben. Es zeigt doch, dass wir offensichtlich ein gutes Programm zusammengestellt haben und dass wir jetzt einen Mann haben, der sicherlich viel zu erzählen hat. Er war 20 Jahre beim Spiegel, wie er mir gerade berichtet hat, und er war zuletzt ein White House-Korrespondent in Washington und war dort in den USA unterwegs. Und er kennt sich natürlich bestens aus. Er ist der Chairman der Handelsblatt-Verlagsgruppe und Herausgeber des Handelsblattes und wird uns jetzt erzählen über Quality Journalism in the High-Speed Era of the Internet. Ob das in Deutsch oder Englisch ist, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ist es Deutsch oder Englisch? Ich gucke mal nach hinten. Deutsch ist es, gut. Bitte begrüßen Sie mit mir den Mann, den ich gerade vorgestellt habe, vom Handelsblatt, Herrn Gabor Steingart. Schönen guten Nachmittag allerseits. Unsere Wirklichkeit als Medienmenschen ist geprägt von drei Welten. Wir leben in drei Welten gleichzeitig. In der Welt der Großartigkeit, in der Welt der Verwirrung und in der Welt der Wehleidigkeit. Über diese drei Welten würde ich gerne sprechen. Ich bedanke mich, dass Sie alle da sind. Ich freue mich vielleicht anschließend auf eine muntere Debatte. Die Welt der Großartigkeit haben wir vor über einem Jahrzehnt betreten. Der medialen Großartigkeit, weil wir viel mehr Menschen erreichen, als wir uns das je haben träumen lassen. Als ich mit 28 Jahren beim Spiegel anfing, gab es kaum einen Abonnent, der überhaupt mein Alter hatte. Heute lesen Millionen junge Leute Spiegel Online, informieren sich im Digitalen. Das Handelsblatt war zu meiner Zeit als Student und dann auf der Journalistenschule eine Zeitung für Leute mit Hut und Opel-Senator. Bestenfalls würde ich sagen. Darunter ging nicht viel. Frauen Fehlanzeige, junge Leute Fehlanzeige. Heute Millionen junger Leute auf der Seite. Auf unseren Seiten, aber auch auf anderen Wirtschaftsseiten. Wir erleben eine Explosion von Informationen, von Wissen, aber auch von Austausch. Von Polemik und Gegenpolemik, von Rede und Gegenrede, von großer Transparenz. Wir haben alle Gründe, diese neue Zeit als großartige Zeit für Qualitätsjournalismus zu empfinden, weil es das vorher so noch nicht gegeben hat. Und wahrscheinlich wird man das erst im Rückblick, diese enorme Verbreitung von Meinung und diesen enormen Austausch von Wissen richtig zu schätzen wissen. Trotzdem sind wir verwirrt, denn auf dem Weg zur Großartigkeit ist uns in Teilen das Geschäftsmodell abhanden gekommen. Wir leben in einer wilden Beziehung mit unseren neuen Lesern und Leserinnen, die jetzt User heißen. Und gleichzeitig ist die Kasse leer. Wer führt hier eigentlich das Haushaltsbuch, fragt man sich. Wovon leben wir eigentlich? Die Verwirrung ist allgegenwärtig und ich halte es für einen Jahrhundertfehler, dass unsere Verleger, die sind für mich Ausgangspunkt der Verwirrung und nicht etwa Google, obwohl große deutsche Konzerne ja eine Forschungsstation im Silicon Valley errichtet haben, wo sie den Gegner Google aus der Nähe inspizieren und jede neue Depesche aus dem Silicon Valley, aus dem Springerhaus wird hier zu Hause als Persilschein gelesen. Guckt mal, unser Geschäftsmodell, die klauen uns das weg. Google war es. Nein, ich glaube, die Verwirrung begann in den Köpfen unserer Verleger, die ein Jahrhundert Irrtum begangen haben, als sie glaubten, die neue Zeit sei eine Zeit, wo sie Essays, Kommentare, Reportagen, Bilder einfach so hinausgeben. Und sie dachten, das würde das Neue sein, dieser neuen Zeit, dass wir alles teilen, ja, und dass wir alles für umsonst teilen und dass guter Journalismus für gutes Geld nicht mehr gelten würde. Wenn andere Firmen das gemacht hätten, Starbucks, McDonald's, Langnese, Eiscreme, Volkswagen, dem Kunden Tag und Nacht zu Diensten wären, alles liefern würden, Eiscreme, Burger, Kaffee, Volkswagen, Autos und dann noch an die Haustür, auch nachts, für umsonst, alle diese Firmen wären längst auf dem Friedhof der untergegangenen Geschäftsmodelle. Es würde Volkswagen, Langnese, Starbucks niemanden davon mehr geben. Und insofern ist es fast ein Wunder, dass wir noch leben und zeigt wiederum auch die Vitalität von Journalismus und von Medien, dass wir diese Idiotie überlebt haben. Das Zeitalter der Verwirrung hält bei vielen noch an und da betreten wir schon die Welt der Wehleidigkeit. Die schließt sich nahtlos an die Welt der Verwirrten an. Die Wehleidigen, die sich die alte Zeit zurückwünschen, ja, da hatten wir den Leser mit Hut und dem Opel Senator. Der Hut ist so untergegangen wie der Opel Senator. Und sie wünschen sich diese Zeit zurück. Als wir treue Abonnenten hatten, viel weniger Leser als heute, keine Jungen, keine Frauen, Spiegel war. Zu meinem Eintritt habe ich mir gemerkt, damals 45 Jahre war das Durchschnittsalter und von dort ging es nach oben zügig weiter. Die wünschen sich diese Zeit zurück. Und in ihrer Wehleidigkeit tun sie alles, dass die neue Zeit nicht entstehen kann. Diese Wehleidigkeit hat auch die Redaktion natürlich nicht verschont. Es ist ein vorherrschendes Gefühl von Redakteuren bestimmter Altersgruppen, bestimmter Zeitungen und Blätter, dass sie sich die alte Zeit zurückwünschen. Die alte Zeit, als das Zeitungshaus eine Kathedrale der Verkündung ewiger Wahrheiten war. Das Wort interaktiv wird in diesen Kreisen übersetzt mit lästig. Was war das, eine schöne Zeit, als wir die Leserbriefe dankbar entgegengenommen haben, gedruckt, nicht gedruckt oder aufs Unwesentliche verkürzt haben. Der Journalist als oberster Zensor, das war die große Zeit des Qualitätsjournalismus, glauben einige. In ihrer Wehleidigkeit gehen sie sogar so weit, dass sie die Kommentare und all dieses abschalten wollen, nicht lesen wollen, nicht drucken wollen und den Rückfluss von Kommunikation nicht akzeptieren. Sie nennen sich zwar 68er-Anti-Autoritäre, aber in unserem eigenen Gewerbe, Sie sehen, ich gehe kritisch mit meiner eigenen Zunft um, möchte man eigentlich das Modell des Lehrers, wie wir es so in den 50er, 60er, 70er Jahren erlebt haben. Einer steht vorne, verkündet ewige Wahrheiten, 30 bis 50 schreiben fleißig mit und nicken gefällig, verlängern, medial verlängern und diese Zeit für uns retten. Diese Grundstimmung der Wehleidigkeit mit der gleichzeitigen Verwirrung und den gleichzeitig großartigen Möglichkeiten ist Ausdruck einer historischen Epoche, in der wir leben. Diese drei Wirklichkeiten sind nicht, dass die einen dumm und die anderen klüger und die anderen vorwärts sind, sind der typische Ausdruck, dass sich Geschichte vor unseren Augen abspielt. Dass wir Teil eines sehr geschichtsmächtigen Prozesses sind, der weit über Internet und App und Bezahlbarriere und all diese Worte, die natürlich auf so einer Messe eine Rolle spielen, hinausgeht. Ich habe die Jetztzeit, die drei Wirklichkeiten beschrieben. Ich will zurückgehen zu den Wurzeln, warum wir da sind, wo wir heute sind. Und ich beginne, ich mache es in aller Kürze, am Ende des 18. Jahrhunderts mit der Aufklärung. Wir erlebten mit der Aufklärung, dass erstmals Menschen wie Kant und Voltaire gesagt haben, die Weisheit liegt nicht da oben im Himmel, sondern hier, befreit dich, hat Kant gesagt, von der Unmündigkeit, von der selbstverordneten Unmündigkeit, dass du an höhere Gewalten glaubst. Diese Selbstbefreiung, später sprach Horksheimer von der Entzauberung der Welt, war der Ausgangspunkt dessen, was wir heute sehen. Die Aufklärung, dass man eben nicht nach oben guckte und oben einen Gott sah, sondern dass man nach oben guckte und dort Naturgesetze am Wirken sah, bei Donner und Blitz. Dass man nach unten sah und nicht einen Teufel da unten vermutete, sondern Rohstoffe. Aus dieser Aufklärung, dass der Mensch die Ferngesteuertheit seiner Existenz, die bis dahin seine feste Grundüberzeugung war, dass wir in Gottes Hand waren, er nahm sein Leben in die Hand und wurde zum Erfinder. Die Glühbirne, die Dampfmaschine, das Auto, Dynamit, alles entstand. Die industrielle Revolution eroberte die Welt. Das war die zweite Welle der Aufklärung. Die dritte Welle der Aufklärung war, dass diese aufgeklärten Menschen alles akzeptieren konnten, aber eigentlich nicht mehr, dass da Königshäuser und Feudalisten rund um sie waren und sie fremdbestimmten. Das, was früher Gott war, wollten die Könige sein und die wurden jetzt hinweggefegt. Die dritte Welle der Aufklärung war die Demokratie. Die hat die Medien zu diesem frühen Zeitpunkt nicht erreicht und große Teile unserer Wirtschaft nicht erreicht. Was wir erleben, ist die vierte Welle der Aufklärung. Wir erleben, dass die Prinzipien von Demokratie, von sich reinverlagern, ich bin ermächtigt, meine Welt zu bauen, meine Gedanken zu haben, meine Entscheidungen zu treffen. Wir erleben diese vierte Welle der Aufklärung sehr schmerzhaft. Viele Unternehmen dachten, nehmen wir ein Energieunternehmen, dass sie einen Aufsichtsrat haben, eine Belegschaft und einen Vorstand und man macht unter sich aus, wie man die Energieversorgung gestaltet, zum Beispiel mit Kernenergie. Und jetzt, die vierte Welle der Aufklärung, bringt die Gesellschaft mit an den Tisch und bringt rundherum das Umfeld um diesen Konzern. Auf einmal wird deutlich, wie klein das Unternehmen und wie viele Menschen von der Energieversorgung betroffen sind und diese Menschen sagen Kernenergie, nein. Und es kommt, und Frau Merkel war nur der Notar dieser Volkes Stimmung, dass das Volk mit am Tisch saß und ein Geschäftsmodell, nämlich das von Kernenergie in Deutschland, für erledigt erklärt hat. Es kam und kommt in diesen Tagen, auch hier im Rheinland, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg zur Demontage von Industrieanlagen. Ein Geschäftsmodell wurde durch eine aufgeklärte, unsere Gesellschaft obsolet gemacht. Dasselbe erleben wir im Bereich der Banken und auch im Bereich der Medien. Im Bereich der Medien fegt diese Welle der Aufklärung eben das alte Berufsbild hinweg. Insofern geht es um viel mehr als um Highspeed-Internet. Es geht um einen Qualitätsjournalismus, der sich verändern muss und gerade dabei ist, mitten in der Transformation. Qualitätsjournalismus ist eben nicht mehr ein Produkt, wie es unsere Vermarkter auch zum Teil noch anbieten. Hier ist das mediale Produkt, hier ist der Stern, der Spiegel, hier ist unsere Website, sondern es ist ein Prozess. Wir gehen vom Ich zum Wir über. Wir müssen zumindest als Gedankenexperiment, das sage ich auch unseren Redaktionen, davon ausgehen, dass unser Leser nicht dümmer ist als wir selbst. Das ist ein revolutionärer Gedanke in den meisten Redaktionen, wie Sie sich vorstellen können. Und der gilt umso mehr für eine Wirtschaftsredaktion. Der gilt aber auch in politischen Redaktionen. Mit einer mündigen Gesellschaft können Sie so nicht umgehen, wie wir das Jahrzehnte getan haben. Und diese vierte Welle der Aufklärung hat mit voller Wucht die Medien erreicht. Sie verändert das, das Internet und das Handy und die Laptops und die Apps. Das sind die Instrumente, das sind die Werkzeuge, das sind die Ermöglicher dieses Prozesses. Der eigentliche Ursprungsprozess begann im Kopf. Jetzt haben wir die Instrumente und insofern kam eins zum anderen. Ohne das Internet wäre dieser Rückkanal zum Leser nicht möglich. Polemik und Gegenpolemik, Rede und Gegenrede, Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit. Wobei die Gegenöffentlichkeit eben nicht mehr draußen stattfindet, sondern in den eigenen Blättern, auf den eigenen Plattformen, unter dem eigenen Markennamen. Welche Unerhörtheit. Diese neue Welt des Verwirrten, des Wehleidigen und des Großartigen ist das, was wir mediale Transformation nennen. In der sind wir mittendrin und haben unsere Rolle zu spielen. Ich glaube, dass wir gut beraten wären, diesen Prozess als gegeben hinzunehmen und die Transformation voranzutreiben. Darum bemühe ich mich. Wir haben unser Medienhaus neu definiert. Wir sagen in zwei Sätzen, das ist das Mission Statement, wenn Sie so wollen, der Verlagsgruppe Handelsblatt und die Erkenntnis aus diesem geschichtsmächtigen Prozess. Wir sind nicht mehr eine Unterabteilung der deutschen Holzindustrie. Wir sind eine Gemeinschaft zur Verbreitung des wirtschaftlichen Sachverstandes. Und unter dieser Klammer, wir sind eine Gemeinschaft zur Verbreitung des wirtschaftlichen Sachverstandes, da ist jedes Wort wichtig. Das beginnt mit dem Wir. Wir meint nicht die Redaktion, sondern meint Redaktion und Leser und Leserinnen. Die Gemeinschaft ist eben der Austausch von Ideen. Wie kann man eine bessere Energieversorgung hinbekommen? Wie sieht ein gerechtes Steuermodell aus? Wie kann man Frauenarbeit und Kindererziehung und Familie und eine Work-Life-Balance, in der sich Leben mag, unter einen Hut bekommen? Gemeinschaft, diese Dinge gemeinschaftlich diskutieren, plakatieren, hinaus posauen, zurücknehmen. Und wirtschaftlicher Sachverstand eine Grundierung, eine Grundlage legen für die ökonomischen Debatten, die sozialen, die Gerechtigkeitsdebatten in Deutschland. Unter dieser Klammer ist eben eine Zeitung, nur noch eine Zeitung und eine von vielen Aktivitäten. Im letzten Jahr haben sich auf unseren Veranstaltungen 15.000 Menschen begegnet. Das ist Teil einer Gemeinschaft zur Verbreitung des wirtschaftlichen Sachverstandes. Journalismus eben auf der Bühne. Tina Brown habe ich gerade gelesen, geht aus dem Journalismus, dem Gedruckten raus in Amerika, die Gründerin von Daily Beast und Ex-Chefredakteurin von Newsweek und hat Tina Brown Media Live gegründet und macht nur noch Live Debates, Saloons und Flash Discussions, wo sie Journalismus auf der Bühne macht. Wir machen sowas ähnliches im Kleineren. 15.000 Leute. Wir haben ein Research-Institut gegründet, wo wir forschen. Das ist wie Journalismus, nur für den Einzelnen. Politiker lassen sich vorbereiten für Talkshows mit harten Fakten. Firmen geben aufwendige Studien in Auftrag, um rauszufinden, wie dieses und jenes gelagert ist. Diese neue Klammer ist ein neuer und erweiterter Medienbegriff, von dem ich glaube, dass er dem Qualitätsjournalismus in einer veränderten Umgebung Rechnung trägt. Und dieses neue Geschäftsmodell würde ich allen empfehlen. Dann gibt es keine Wehleidigkeit. Es gibt auch keinen Grund für Verwirrung. Wir müssen auf die neue Zeit zugehen, ihr die Hand reichen. Wenn die Zukunft, wie Henry Kissinger das neulich formuliert hat, ein unbekanntes Land ist, dann sind wir unterwegs zu diesem Land. Und schon der Weg dorthin verändert einen selber. Die Deutschen, die Iren, die Franzosen und die Engländer, als sie die Mayflower bestiegen haben, um Amerika zu entdecken und auszuwandern, sind nicht als Deutsche, Iren, Franzosen und Engländer dort angekommen. Sie sind in einem sehr geschichtsmächtigen Prozess als Amerikaner angekommen. und diesen Prozess der Transformation, dieses sich auf die Reise begeben, das ist der Prozess unserer Generation. Die Selbstneuerfindung, wir sind Teil eines großen Transition Teams, das sich in der Übergang von der alten Welt in die neue Welt befindet. Uns muss, glaube ich, nicht bange sein und insofern wäre meine Botschaft, dass wir zügig vorangehen, die Verwirrten und die Wehleidigen mitnehmen, in den Arm nehmen, Dinge erklären, ihnen Mut machen und nach vorne gehen und alle gemeinsam die Welt des Großartigen für uns entdecken. Vielen Dank. Ein langer Applaus, wahrscheinlich der längste Applaus, den ich heute gehört habe und ich stehe hier seit heute Morgen. Erstmal vielen Dank für den tiefgründigen Vortrag, der, glaube ich, allen so ein bisschen mal die Augen geöffnet hat, wie schwierig diese Transformation hin zum Qualitätsjournalismus der Neuzeit sein wird. Ich habe mich dann die Frage gestellt, warum Sie eigentlich das Auditorium nicht gefragt haben, wer Handelsblatt liest. Wollen wir das mal machen? Ja, können wir machen. Sagen Sie uns doch bitte mal, wer von Ihnen das Handelsblatt liest, mit einem Handzeichen. Ist das zufriedenstellend für Sie? Finde ich schon, oder? Ist eine tolle Die Frage an sich selber, wer hätte vor 20 Jahren in unserer Altersgruppe auf so einer Messe, da gab es die ganze Messe nicht, ich weiß schon. Wollte gerade sagen. Ich weiß, aber das war was sehr Elitäres. Dennoch habe ich mich gefragt, ich habe vor kurzem mal so ketzerisch in einem anderen Panel gesagt, Qualitätsjournalismus ist die Aggregation von User Generated Content auf eine clevere Art und Weise. Können Sie das entkräften? Ja, das wäre mir zu wenig, das gehört für mich dazu. Also ich mag nicht diese Worte User Generated, weil ich glaube, wenn man von einer Gemeinschaft spricht, ist der User, das ist immer noch einer, der irgendwas benutzt, gebraucht, was ich ihm gebaut habe. Aber so ist das nicht. Wenn Sie sehen würden, was bei einer Wirtschaftszeitung jeden Tag, ich bekomme bis zu, ich weiß nicht, der eine oder andere liest vielleicht das Morning Briefing, wo wir morgen schon Fragen, auch der Leser zu Politikern oder zu Wirtschaftsbossen einsammeln, eine Viertelmillion Leute beziehen das, ich bekomme an Tagen 1600, 1800 neulich E-Mails morgens und das ist mehr als das sind keine Nutzer, das sind Leute, die sich sehr artikulieren, Ideen haben für Fragen und zum Teil, ich habe schon Interviews bestritten mit ausschließlich User Generated Questions, wenn Sie so wollen, weil die Fragen smarter waren als die, die wir vorbereitet hatten. Das mache ich übrigens auch, ist ein wunderbares privates Mittel. Nun würde es mich interessieren, wer zahlt für Qualitätsjournalismus hier drin. Können Sie mal die Hand heben? Sie haben ja gehört, wie man das ungefähr definiert. Also da ist definitiv Potenzial nach oben, würde ich mal sagen, oder? Ja, ich rate uns ab mit dieser Frage, also erstens, mich fragt den ganzen Tag überhaupt keiner, ob ich bezahlen möchte. Das fängt an bei der Bahnhofstoilette, da kostet jetzt glaube ich, obwohl man ja alles selber macht, 80 Cent. im Taxi, ich weiß gar nicht, wo die Dienstleistung drin besteht, im Taxi fragt mich kein Mensch auf keiner Sprache dieser Welt, und da werden viele gesprochen, ob ich bezahlen möchte. Und ja, wie viel? Eiscreme, ich habe überhaupt kein Produkt gesehen, auch am Flughafen gibt es nur ein Produkt, das kostenlos verteilt wird, der Kaffee ist nicht umsonst, die Kekse sind nicht umsonst, nichts ist umsonst, außer die Zeitung. Also insofern, wir haben uns in eine komische Situation gebracht, dadurch, dass wir auf einmal fragen, Herr Winterkorn fragt auch nicht, wollen Sie einen Volkswagen für Geld oder nicht? Soll ich Sie fragen, wollen Sie einen Volkswagen für Geld oder ohne Geld? Insofern, so kommen wir dem Thema nicht mehr. Das sind zwei Markenfragen, die können ich auseinandernehmen, aber das wollen wir nicht machen. Ich glaube, Herr Steingratt, Sie haben sehr dolle klargemacht, worum es geht. Ich würde gerne dem Auditorium die Option geben, eine Frage an Herrn Steingratt zu stellen. Wenn Ihnen eine Frage auf der Zunge brennt, wenn Sie sagen, das wüsste ich jetzt einfach noch gern, das wird das Ganze noch ergänzen, trauen Sie sich, wir haben hier eine wunderhübsche Dame, die kommt zu Ihnen mit einem Mikro und dann können Sie das da reinsprechen. Trauen Sie sich, Sie müssen auf keinen heißen Stuhl. Ich versuche mal den Wehleidigen zu geben. Reisen ins unbekannte Land sind ja interessant, aber man weiß ja nicht, wie lang die Reise ist und ob die Reisekasse reicht. Jetzt haben wir gerade gesehen, einige lesen das Handelsblatt, das ist aber ja nicht das unbekannte Land. Was können Sie denn diesem Wehleidigen zur Ermutigung sagen? Stellen Sie sich vor, Sie wären Mick Jagger. Oder? Wir stellen uns vor, er wäre Mick Jagger. Ich glaube, Mick Jagger glaubt noch immer, dass es die Schaltplatte gibt. Ich glaube, dass er sich keine Sekunde in seinem Leben damit beschäftigt hat, ob die Technologie von der Schaltplatte auf die Kassette, auf die Mini-Disc und im iTunes-Store die Sache geändert hat. Lesen, wo er sich zu diesen Fragen möchtet ihr bezahlen, möchtet ihr nicht bezahlen, auf welcher Technik wollt ihr mich haben, weil er den ganzen Tag Texte schreibt, Inszenierung macht, Poesie schreibt, weil er ein Musiker ist. Und ich würde den Verzeigten sagen, beschäftigt doch mit dem, was ihr könnt, also den Journalisten, beschäftigt euch mit dem, wofür ihr steht, also mit Qualität, schafft Sachen ran, Geschichten, die keiner vorher euch aufgeschrieben hat, macht Bilder, entwickelt Grafiken, die interaktiv sind, nutzt diese neuen Möglichkeiten für euch. Und dann werden wir im Gespräch auch mit unserer Gemeinschaft natürlich nach Wegen finden, das refinanzierbar zu machen. Und wenn es nicht die alten Wege sind, mit der Vierfarbanzeige, dann finden wir neue Wege. Ich habe gesprochen von Veranstaltungen, die wir machen. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, die best besuchteste unserer Veranstaltung bringt in 48 Stunden bei mittelpreisiges Hotel, schlechter Kaffee, die Redner kennen Sie hier alle, sind alle kostenlos in Deutschland, weil die CEOs und die Politiker umsonst reden, bringt eine Million Netto Gewinn. Wenn das eine neue Form ist, Qualitätsjournalismus erlebbar und bezahlbar zu machen, weil Firmen zahlen dafür, dass sie auftreten und mit der Gesellschaft in Diskussion treten, ja, die Geschäftsmodelle werden sich ändern, also lasst uns wie Mick Jagger machen und wir konzentrieren uns auf das, was wir können. Ich glaube, ein sehr schönes Schlusswort, ich muss auch das als Schlusswort nehmen, aufgrund der Zeit, die dann doch etwas drängt und wir das nächste Panel schon vor uns haben. Ich meine, er hat einen wahnsinnigen Applaus verdient, ich könnte diesem Mann permanent zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank.